Junge, mach doch Platz, Alter. Was ist das denn hier für ein Affe, Alter? Mann, Alter, du hässlich Ab... Was ist denn das, Alter? Was bist du für ein... Alter? Was versaußt du mir das Rennen? Was ist los mit dir, Junge? Verkauf dein Lenkrad, ey. Spiel eine Runde, was weiß ich was. Spiel eine Runde Tetris, oder was? Meine Fresse, Alter. Bei sowas krieg ich echt einen dicken Hals, ey. Das kann doch alles nicht wahr sein. Verweck mich doch am Arsch, Mensch. Anstatt mich einfach durchzulassen, weil er weiß, dass ich überrundet werde. Nein, ich mach mal einen auf lustig. Junge, 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 ey. Solchen Leuten musst du wirklich dauerhaft bannen. Ja, mit Absicht das Rennen haben. Ja, Karma, ey. Korroschie. Dude, dude, kann ich kurz durch? Dankeschön. LOCAS! Ohohoho, what the party. So, danach wird er gewalt. Jetzt reicht's mir langsam! So, leそれ, du bist auch gleich geschafft. So, ich darf mit von Anfangека... Es ist so geil, Alter! Es ist so geil, Alter! Achtung, Achtung! What the fuck? Alter, hier drehen sich alle auf der langen Kran, ey! Ich bin bei dir! Was war da denn los? Oh, oh, oh! Der geht... Oh, der Crasher! Ach du Scheiße! PJ fliegt fast ab! Ah, verdammt nochmal Scheiße! Ja, jetzt kriege ich eine Strafe dafür! Oh, was ist denn? Hey, wie soll ich verarschen, Mann?! Ah, okay, das Spiel... Was backt das denn so rum heute nur? Mann, mach, Alter! Ja, komm, fahr! Ja, komm, fahr! cool nice ja geil nice find ich cool ach wirklich danke Codemasters hey Leute Kaffee und Kuchen ja ja ok wir kommen wir kommen wir kommen Kaffee schwarz bitte danke gibt es auch Tiramisu ok lasst mich alleine ja Leute ich häng noch fest sind alle gefeuert ich häng seit 360 Sekunden in der Boxengasse rum wuhuu den anderen kann ich noch fahren und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Frage die da lautet was passiert in folgender Situation a Mike fliegt mit hoher Geschwindigkeit sensationell ab b ein Geisterfahrer kommt mir entgegen warum weiß ich auch nicht oder c ist mir völlig hupe juckt sowieso keinen ja ich nicht mehr ich wollte noch eine fahren du scheiße Küki du bescheuert bist hab ich dich gefragt lasse nicht und schätze die die ich das das ja das Vielen Dank.